EMP, Taste of Blood. Slightly more Lifestyle. Ach ernsthaft, jetzt schon? Das ist halt also der selbe Problem. Ich weiß halt nicht, ob es funktioniert, weil eigentlich habe ich noch keinen Bounce drin. Jo, komm. Alles gut. Scheiße. Loll. Ist das Excalibur oder? Boah. Hallo? Da oben erkennt er dich nicht, das ist ein bisschen mies. Ah, ja, gut, okay. Das war ein wenig Lucky, muss ich zugeben. Jo. Wo? Oh, nein, die gehen ja gut. Das ist ja... Oh. Alter, komm schon, gib mir wenigstens Horst. Schießt ihr mit dem Boot und da war's weg, ich glaub's nicht. Das war tatsächlich mehr... Oh, fuck. Hey, du da. Willst du mich verarschen? Ah, das läuft dir mal so gar nicht. Nee. Niki wollte ich vorher mal versuchen, aber wir haben so wenig Ground-Maps. Oh nee, lass doch jetzt deine Bouncy-Balls. Die sind auch so wenig schnell, die Missfeacher. Oh. Okay. Den kannst du halt tatsächlich fast nicht ausweichen. Oh. Jetzt ist es gut. Okay. Dinoba. Oh. Oh. Gut. Das war Diesel. Wusstest du das ganz kurz im zweiten Viewer? Ah. Okay. Ich hab's auf dem zweiten Bildschirm. Ja, ich könnte es jetzt auch aufmachen, aber dann müsste ich es über das OBS legen und da sehe ich den Chat noch parallel. Ja, ich hab auch einen Abonnenten außerhalb des bekannten Kreises schon dazu gewonnen. Ja, ich hab zum Beispiel keinen Touch-Account, das heißt, du siehst mich auch nicht. Ja, solltest du mal einmachen? Ich kann dich auch nicht. Ich kann dich auch nicht. Oh Gott. Abonnieren. Au. Crashed. Voll verwirrt gerade gewesen. Ich weiß nicht, wo plötzlich die Anzahl der Polizei herkommt bei mir. Ich hab's nicht. Und dann können wir den Helfsteen nicht mehr. Oh Gott. Hast du ihn Friesen, oder? Abrac Mist. Frees habe ich nicht drin. Oh, dann. Irgendwas hat mich gerade gestunnt. Hast du dich vielleicht einmal selbst erwischt? Nee. Doch, du erwischst dich selbst mit dieser Bälle. Ja, mit dem Blaze. Verdammt. Weil du musst aufpassen, das macht so Felder und die Felder verursachen den Frost-Effekt. Jo, Alter, du bist voll OP. Nee, bin ich nicht. Ich treffe hier gerade gar nichts. Dino-Worker willst du? Ich komme auch für den Relo-Time, ich habe. Und da muss ich schön auf dich warten. Ja, gut. Okay, das ist jetzt halt mies, das ist Lifesteal und Poison, ne? Oh. Oh. Ja, gut. Gegen Lifesteal und Poison ist schon sehr schlecht. Ja. Ja. Dachte ich mir. Gib den Decker an. Diesmal falle ich nicht runter. Oh, warte mal. Oh, gemein. Ich muss nur nach oben elmen. Warte mal ganz kurz. Eine Sekunde. Mein Fenster hat sich verschoben. 20. So. Jetzt, wir können. Okay. Jetzt, wir können. Und ich schieße sie von hinten ab. Ne, von vorne. Oh, Mann. Oh, Mann. Ja, gut. Mhm. Gehen. Gegen das beides komme ich nicht wirklich an. Oh. Oh, Mann. Oh. 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 What the fuck? Alter! Hell! Ich muss einfach eine Close Combat geben, ist der Trick. Ja! Die ist halt echt so. Ah, wer weiß, die hat nicht ausgereicht. Ja.